Musik Am 16. Jänner war es endlich soweit. Maffi Naturholzböden eröffnete seinen ersten Flagship-Store in der Linzer Innenstadt und kehrte somit wieder zurück zu seinen Wurzeln. Das oberösterreichische Familienunternehmen stammt nämlich aus Schneegattern und betreibt in Österreich bisher drei Flagship-Stores in Salzburg, Graz und Wien. Nun möchte Maffi allerdings auch vor der eigenen Haustür vertreten sein und freut sich neben dem oberösterreichischen Produktionsstandort Schneegattern nun auch in der Landeshauptstadt Fuß gefasst zu haben. Das neue Kompetenzzentrum in der Marienstraße 9 sieht sich hierbei mehr als eine Art Galerie, als einen klassischen Shop, wodurch der Kunde in einem reduzierten Umfeld mit einem freieren Kopf seine Entscheidung aus über 120 verschiedenen wunderschönen Naturholzböden treffen kann. Und für wen ist dieses neue Kompetenzzentrum eigentlich nun aller gedacht? Für den Häuslbauer, für den Renovierer, für den Entscheidungsträger, der diese Herrschaften auch begleitet, sowohl der Architekt wie auch der Raumausstatter, der Haustüschler sind alle willkommen. Sie kriegen bei uns in einem professionellen Umfeld eine hochkompetente Beratung. Sie können sich aus einer traumhaften Naturholzboden-Kollektion wunderschöne Dekore aussuchen. Und nicht nur Häuslbauer vertrauen hierbei auf die Qualitäten von Maffi, sondern auch Prominente wie Claudia Schiffer oder Giorgio Armani. Der Erfolg gibt der Firma Maffi also recht. Ich glaube, der Erfolgsfaktor der Firma Maffi liegt darin, dass wir einfach unserem Ursprungsgedanken treu geblieben sind. Also wir wollen das Holz in seiner natürlichsten Form mit allen seinen positiven Eigenschaften betonen. Und die Kleinigkeiten wie Quellen und Schwinden haben wir durch unsere Technik, wie den Dreischichtaufbau, quasi eliminiert. Und ich glaube, dass man sich immer auf diese Kernkompetenz konzentriert. Und dieses Geölte, das ist unsere Kernkompetenz, diese natürlichen Böden, das trägt letztlich zu unserem Erfolg bei. Denn ein Maffi-Naturholzboden ist nicht einfach nur ein Holzboden. Die Maffi-Naturholzböden unterscheiden sich durch die besondere Qualität, indem sie Naturholzböden sind, die natürlich geölt sind und nicht oberflächlich versiegelt sind und sind mit herkömmlichen Böden nicht vergleichbar. Deshalb zählen nicht nur namhafte Architekten wie Norman Foster auf Maffi-Naturholzböden, sondern auch heimische Prominente wie Ludwig Peischer, Felix Gottwald oder Marc Jankow. Aber machen Sie sich am besten selbst ein Bild davon und Sie werden den Unterschied spüren. Vielen Dank. Applaus Applaus Untertitelung des ZDF, 2020